Eines der spannendsten neuen Produkte, das ich mir auf der Gamescom ansehen durfte, ist ein Wireless Gaming Headset. Ja, ich weiß, klingt eigentlich nicht so spannend, aber in den paar Minuten, in denen ich das Virtuoso RGB Wireless von Corsair testen konnte, hat das Teil direkt einen so guten Eindruck gemacht, dass es zu den besten kabellosen Gaming Headsets überhaupt gehören könnte. Und ein großer Grund dafür scheint unter anderem die Mikrofonqualität zu sein, die bei fast allen Wireless Headsets üblicherweise ziemlich kacke ist, und zwar sogar so kacke, dass Alexi Beksi der Thematik ein ganzes Video gewidmet hat. Wir werden heute klären, was das Virtuoso drauf hat und ob das Mikrofon wirklich deutlich besser ist als bei der Konkurrenz. Viel Spaß dabei! Laut Corsair will man mit diesem Headset in jeglicher Hinsicht auf ein neues Level kommen und einfach ein richtiges Premium-Produkt auf den Markt bringen. Schon beim ersten Anfassen wird absolut klar, was damit gemeint ist. Das Virtuoso fühlt sich super hochwertig an. Es besteht zu großen Teilen aus Aluminium, die Kanten sind hochglanzgeschliffen und das Design ist fast schon untypisch schlicht für ein Gaming Headset. Das Teil würde meiner Meinung nach auch als schicker Kopfhörer durchgehen. Es gibt insgesamt drei verschiedene Varianten und dabei geht es nicht nur um die Farbe. Prinzipiell gibt es Schwarz, Weiß und Grau, allerdings stellen Schwarz und Weiß das normale Headset dar, während das graue Modell den Zusatz Special Edition trägt. Und da muss ich tatsächlich direkt etwas meckern. Der Preisunterschied liegt bei 20 Euro und die Special Edition hat mehr Aluminium, einen cooleren Beleuchtungseffekt, ein besseres Mikrofon und eine hochwertige Tasche zum Aufbewahren im Lieferumfang. Wenn man schon das Geld für so ein Headset in die Hand nimmt, würde ich in jedem Fall noch 20 Euro für diese Features drauflegen und ich finde es schade, dass durch die Unterscheidung direkt die Farbauswahl beschränkt wird. Ich hätte also lieber ausschließlich das SE-Modell gesehen und dafür halt die Wahl zwischen den drei Farben gehabt. Schon die Verpackung vermittelt das Premium-Gefühl und beinhaltet neben dem Headset einen USB-Empfänger, ein USB-Typ-C auf Typ-A-Kabel und ein 3,5mm Klinkenkabel. Der Stick stellt eine 2,4GHz Funkverbindung her und unterstützt Corsairs Slipstream-Technologie. Das Teil soll auch maßgeblich für die bessere Qualität von Sound und Mikrofon verantwortlich sein, da neben einer höheren Reichweite und niedrigeren Latenz die generelle Bandbreite höher ist als bei einer herkömmlichen Funkverbindung und somit kann ein umfangreicheres Frequenzband übertragen werden. Weiterhin lässt sich das Headset aber auch kabelgebunden nutzen, wahlweise per Klinke oder USB. Letzteres wird ebenfalls zum Aufladen des Akkus genutzt. Der hält ca. 15-18 Stunden, was ich absolut in Ordnung finde. Ziemlich cool ist, dass eine Art Sensor verbaut ist, durch den das Headset erkennt, ob es getragen wird oder herumliegt und sich somit bei Nichtnutzung abschaltet, beziehungsweise sofort wieder von selbst angeht, wenn ihr euch das Gerät auf den Kopf setzt. Am Kopfhörer befinden sich noch ein Lautstärkerädchen mit einem sehr angenehmen Widerstand und ein kleiner Schalter, mit dem man zwischen Wireless und Kabel wechseln kann. Das Mikrofon passt optisch perfekt zum Gesamtbild und lässt sich bei Bedarf einfach abnehmen. Über einen Schalter kann man es außerdem stumm schalten, was einem auch per farbigem LED-Ring angezeigt wird. Und damit wird es spannend. Ist die Qualität wirklich besser als sonst bei Wireless-Headsets üblich? Damit ihr das Ganze einordnen könnt, werden wir uns erstmal kurz ein paar Vergleichswerte einholen. Da ich selbst aber leider nur ein einziges Modell zum Vergleichen hier habe, switchen wir mal ganz kurz zu einem anderen Video. Am besten wäre es, wenn ihr euch das Ganze mit Kopfhörern anhören würdet. Das ist nun das Mikrofon vom Corsair Virtuoso RGB Wireless in der Special Edition. Meiner Meinung nach definitiv eine deutlich bessere Qualität. Die Stimme ist klar und gut verständlich. Es gibt kein starkes Rauschen oder ständige Störgeräusche. Das ist schon echt gut. Kabelgebunden wird es zwar nochmal ein gutes Stück besser, also das Potenzial des Mikrofons ist umso größer, dennoch ist auch die kabellose Qualität in meinen Ohren ganz weit vorne mit dabei. Das normale Virtuoso klingt dann so. Tatsächlich viel besser als ich dachte. Die Stimme ist sogar etwas klarer, allerdings fehlen mir persönlich ein bisschen die tieferen Frequenzen, weswegen mir die Special Edition insgesamt besser gefällt. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Um das Ganze nochmal kurz einzuordnen. Ich denke, die Qualität ist in beiden Fällen definitiv um Welten besser als bei den meisten anderen Wireless-Headsets. Ich habe natürlich noch nicht jedes Modell auf dem Markt getestet, aber die gängigen Kandidaten von zum Beispiel Logitech, Sennheiser, SteelSeries oder auch von Corsair selbst liegen definitiv unterhalb vom Virtuoso. Ich bin auf jeden Fall schon mal beeindruckt. Aber ein paar relevante Kategorien fehlen natürlich noch. Der Tragekomfort ist sehr gut, was vor allem daran liegt, dass das Headset super flexibel ist. Neben der üblichen Größenverstellung, die vielleicht für große Köpfe noch ein bis zwei Stufen mehr hätte haben können, kann man die Ohrmuscheln in beide Richtungen um 90 Grad drehen. Auch der Rahmen gewährt ein gewisses Spiel, sodass sich das Headset gut an verschiedene Kopfformen anpassen sollte und zu guter Letzt ist auch die Polsterung recht dick und somit weich. Dann muss jetzt eigentlich nur noch die Soundqualität stimmen. Laut Hersteller kommen neu entwickelte 50mm Treiber zum Einsatz, die sogar handselektiert werden, um die bestmögliche Performance zu erzielen. Das Frequenzband ist mit 20.000 bis 40.000 Hertz angegeben, was soweit erstmal recht ordentlich ist. Typische Gaming-Headsets gehen meistens bis 20.000 Hertz. Alles schön und gut, aber wie klingt das? Kurzum, wirklich super. Schöne Abstimmung, vernünftiger Bass, ein generell sehr klarer Klang, das gefällt mir. Man kann beim Zocken richtig gut bestimmen, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Zum Beispiel Waffensounds kommen extrem gut rüber, das ist echt eine runde Sache. Aber auch zum Musikhören, Videos und Filme schauen etc. ist das Teil gut geeignet. Es kommt sicherlich nicht an einen preislich ähnlich gelegenen Studio-Kopfhörer heran, aber für ein kabelloses Gaming-Headset hat mich das Ergebnis absolut überzeugt. Per Corsair IQ kann man die RGB-Beleuchtung anpassen, Equalizer-Einstellungen vornehmen und zum Beispiel einen virtuellen 7.1-Sound aktivieren. Schlecht klingt der prinzipiell nicht, ich bevorzuge aber wie immer Stereo. Da das Headset euch recht stark von der Umgebung abkapselt, kann man das Mikrofon nutzen, um sich seine eigene Stimme bzw. Umgebungsgeräusche einspeisen zu lassen. Das funktioniert ohne nennenswerte Verzögerung und lässt sich daher wirklich gut nutzen. Mein einziger Wunsch wäre eine detailliertere Akku-Anzeige, aktuell gibt es nämlich nur drei Stufen, niedrig, mittel und hoch, so dass man die Restlaufzeit nicht ganz so gut einschätzen kann. Eventuell könnte das noch nachgebessert werden. Damit ist es nun aber Zeit für ein Fazit. Meine ersten Eindrücke von der Gamescom haben sich absolut bestätigt und Corsair bringt mit dem Virtuoso RGB Wireless ein unglaublich gutes und hochwertiges Gaming-Headset auf den Markt. Es ist in dem Bereich definitiv das beste Produkt, das Corsair jemals im Sortiment hatte und übertrumpft auch die kabellosen Headsets, die ich bisher getestet habe, vor allem wenn es um das Mikrofon geht. Insbesondere die Special Edition ist im Grunde ein rundum perfektes Produkt und ist hier auch meine absolute Empfehlung. Preislich muss man natürlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber ich muss dazu auch sagen, dass ich den Preis nach meinem Test sogar etwas höher geschätzt hätte, vor allem wenn man weiß, was diverse andere Headsets schon kosten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Virtuoso RGB Wireless wird für 179 Euro starten, während die Special Edition 199 Euro kosten soll. Wie bereits gesagt, würde ich die 20 Euro drauflegen, außer ihr wollt jetzt unbedingt ein schwarzes oder weißes Headset. Es wird sicherlich interessant, wie sich der Preis in den nächsten Wochen bzw. Monaten entwickelt. Ich finde die UVP aber echt ganz in Ordnung, vor allem wenn Wireless für euch ein ausschlaggebender Punkt ist. Der Komfort ohne Kabel ist halt schon echt genial. Jetzt bin ich auf eure Meinung zu dem Teil gespannt, schreibt sie mir also gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut Leute, bis dahin. Ciao.